Willkommen zu unserer neuen Talkshow bei Tichys Einblick. Heute zum Thema Vertrauen Futsch. Warum die Deutschen den Politikern misstrauen. Die Zahlen, die es dazu gibt, sind verheerend. Und 51 Prozent der Deutschen sagen, sie sind mit der Demokratie, so wie sie gelebt wird, unzufrieden. Nicht, dass sie Demokratiefeinde seien. Dieses Missverständnis räumen wir am besten gleich aus. Aber mit der Art und Weise, wie sie praktiziert wird. Im Osten sind nur noch ein Drittel der Bevölkerung zufrieden, wie unsere Demokratie abläuft. 85 Prozent der Deutschen machen sich ernsthafte Sorgen über die Zukunft. Aber nur ein Drittel vertraut überhaupt noch darauf, dass die Politik damit richtig umzugehen weiß und die Zukunft meistert. Dieses Thema möchte ich heute diskutieren mit meinen Gästen. Wolfgang Bosbach, seit 50 Jahren in der Politik, 25 Jahre Mitglied des Deutschen Bundestags. Das ist 23 Jahre genauer gesagt. Norbert Bolz, Medien- und Kommunikationswissenschaftler. Er hat das Institut für Medienwissenschaften an der TU Berlin geleitet bis zu seiner Emeritierung. Wolfgang Herles, er war Leiter des ZDF-Studios in Bonn, hat viele große Sendungen des ZDF verantwortet. Er ist heute Autor bei Tichys Einblick, schreibt viele tolle Bücher. Das jüngste heißt Felsen in der Brandung über die Künstlerfamilie Braunfels. Herr Bosbach, Sie haben auch ein Buch geschrieben, in dem es darum geht, warum Politik das Vertrauen verliert. Hat sie es verloren? Warum verliert sie es? Also ich bin jetzt richtigerweise von Ihnen erwähnt, 50 Jahre politisch unterwegs. Ich habe viele tausend Veranstaltungen absolviert. Ich habe kein Mandat mehr, strebe auch keins an, bin aber jeden Tag unterwegs. Und man spürt es, dass die Distanz zwischen Wählern und Gewählten im Laufe der Jahre immer größer geworden ist. Und es gibt ein ganzes Bündel von Gründen dafür. Ich habe ja 220 Seiten dafür gebraucht, um zu erklären, wie das gekommen ist. Ich nehme nur mal ein einziges, weil ganz aktuelles Beispiel. Verlängerung Laufzeiten, Kernkraftwerken über den 1. Januar hinaus. Ergebnisoffene Prüfung wurde uns von der Bundesregierung versprochen. Heute wissen wir, glatt gelogen, das Ergebnis stand von Anfang an fest. Und dann kommt eine Reaktion, die habe ich schon oft erlebt. Ja, genau so stellen wir uns das vor. Genau so ist die Politik. Das ist ja nur ein Beispiel dafür. Man geht nicht offen und ehrlich mit den Themen und auch nicht mit uns um, mit dem Publikum. Und dann wird die Distanz noch größer. Was ist denn Ihrer Meinung nach die größte politische Lüge der letzten paar Jahre? Mir geht es nicht so sehr um Lügen. Also dass Politiker hammerhart lügen. Mag es geben, aber sind absolute Ausnahmen. Sondern das Verschweigen von Risiken und Nebenwirkungen. Kein Land haftet für die Schulden eines anderen Landes. Handlung und Haftung gehören zusammen. So sind wir beim Euro an den Start gegangen. Heute wissen wir, das ist Geschichte. Das ist einfach abgeräumt worden. Und das führt dann dazu, dass selbst dann, wenn alles richtig ist, viele sagen, na, ich weiß gar nicht, ob ich denen da oben noch trauen kann. Wolfgang Herles, wie ist es bei Ihnen? Ich meine, Wolfgang Busbach hat ja gerade nochmal auf den Euro verwiesen. Es gibt eine neue, doch sehr lustige Analyse von der EZB-Präsidentin Lagarde, die sagt, die Inflation ist aus dem Nichts gekommen. Also auch die Verneinung von Verantwortung. Was ist Ihre Lieblingsschwindelei der Politik, um nicht das Wort Lüge zu sagen? Oh, dafür ist die Sendezeit nicht lang genug. Also ich würde es auf einen Kern zusammenführen. Die Welt ist komplexer geworden. Politik machen ist schwieriger geworden. Es ist objektiv nicht so einfach, heute die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber, und jetzt kommt das Paradox, trotzdem geht diese größere Schwierigkeit nicht einher mit einer größeren Bereitschaft, die Dinge zu diskutieren, einen Diskurs in der ganzen Gesellschaft zu machen, sondern die Selbstüberschätzung der Politiker wird größer. Und diese Selbstüberschätzung wird nun wiederum am Volk ausgelassen, dass sich gefälligst an den Modus der Dauerkrise gewöhnen soll. Und das ist dann das Thema Moralisierung. Auf einen Nenner gebracht, das Unvermögen, das Versagen der Politik wird an den Leuten ausgelassen, die sich gefälligst anständig zu benehmen haben, die kalt duschen sollen, statt darüber meckern, dass die Politik nicht in der Lage ist. Zum Beispiel die Energieversorgung dieses Landes vernünftig zu regeln. Und dieses Paradox, dieser Widerspruch, der bringt die Leute auf die Palme. Herr Bolz, nun ist es tatsächlich so, dass in der Politik eben wie im richtigen Leben am Ende kommt es anders, als man denkt. Aber was passiert mit einem Land, in dem doch diese Veränderungen zwischen Traum und Wirklichkeit zu schnell gehen? Ich zitiere mal, niemand plant den Bau einer Mauer und niemand hat einen Lockdown geplant. Aber dann war er doch da. Ist das absichtsvoll oder kommt das einfach so daher? Ich habe immer sehr viel verstanden, wie Politik funktioniert, als ich zum ersten Mal diesen Satz von Juncker hörte. Wir denken uns irgendetwas aus in der EU, präsentieren das dann. Und wenn der Widerstand der Bevölkerung nicht spektakulär groß ist, ziehen wir es einfach durch. Das heißt also, Politik in dem Selbstbewusstsein, die Bürger sind eigentlich nur ein Störfaktor. Wir wissen es ohnehin besser. Und es gibt nur noch Top-Down-Entscheidungen, die überhaupt nichts mehr mit dem Wählerwillen zu tun haben. Das sieht man in fast allen großen Themen unserer Zeit. Und ich denke, das ist auch ein wesentlicher Grund für diesen Vertrauensverlust, über den wir diskutieren. Aber ich fand es sehr gut, Herr Tichy, dass Sie gleich einleitend gesagt haben, Politikverdrossenheit ist nicht Demokratieverdrossenheit. Im Gegenteil, die Leute vermissen, ohne dass sie Politikwissenschaft studieren müssen, sie vermissen Demokratie. Und zwar vor allen Dingen das fundamentale Moment der Demokratie, Gewaltenteilung. Die Gewalten sind eben nicht mehr geteilt, leider Gottes. Es gibt Kumpaneien zwischen Politikern und Journalisten, also in sehr intensivem Ausmaße. Also gerade diese Kontrollinstanz fällt komplett aus, mit Ausnahme Ihrer Sendung und einer weniger anderen. Aber leider Gottes, noch viel spektakulärer für meine Begriffe, auch das Recht ist längst nicht mehr diese korrektive Instanz, die wir eigentlich erwarten und erhoffen. Also eine Korrektur einer Politik, die vollkommen falsch läuft und vor allen Dingen dem Geist unserer Gesetze zuwiderläuft. Auch da gibt es zunehmend Kumpaneien zwischen Juristen, gerade auf alleroberster Ebene und der Politik. Und dieser Verlust der Gewaltenteilung, mal abgesehen davon, dass Gesetze kaum mehr über parlamentarische Diskussionen entstehen, sondern dass sie von der Regierung vorgegeben werden und dann nur noch abgenickt werden. Also alle Instanzen der Gewaltenteilung sind im Grunde kollabiert. Und es gibt nur noch Politik von oben, Top-Down-Politik, gegen den Willen oft der Mehrheit der Bürger. Und man verlässt sich darauf, um auf ihre Frage der Lügen oder, ich soll mal sagen, der Schummeleien der Politiker noch zu kommen, man verlässt sich darauf, dass alles vergessen wird. So wie ja auch heute, wenn ich das richtig wahrnehme, bei den meisten Menschen schon wieder vergessen worden ist, was zum Thema Corona politisch verantwortet und als Maßgabe durchgesetzt wurde. Die meisten haben es schon fast wieder vergessen. Man beruhigt sich, man nimmt es hin. Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Ich glaube, Adenauer hat es ein bisschen anders gemeint, als es heute benutzt wird, dieser Satz. Aber ich glaube, diesen Satz haben sich die meisten Politiker heute zu eigen gemacht. Kumpanei nennen sie es statt Gewaltenteilung. Darauf würde ich gerne später noch zurückkommen. Aber zunächst mal auf den Gedächtnisverlust. Erinnern wir uns daran, vor einem Jahr begann hier eine Debatte über Ungeimpfte. Sie wurden beschimpft, asozial in die Nure vorgeworfen. Sie bringen die Oma um, sie zerstören den Staat, die Gesellschaft. Und es gibt natürlich bei Impfung in diesem Fall ausnahmsweise gar keine Nebenwirkungen. Und mittlerweile hat man ja den Verdacht, ohne hier groß sein eigenes Glaubensbekenntnis abgeben zu müssen, naja, ganz so ungefährlich ist die Nummer ja vielleicht doch nicht, ganz so sicher ist die Impfung auch nicht, so viel bringt sie nicht, vielleicht waren die Ungeimpften doch vorsichtiger und damit schlauer. Haben wir ein kurzes Gedächtnis, ein zu kurzes, angesichts auch der Fülle der Katastrophen, die wir uns hier reinbrechen? Ich glaube, das ist in der Tat der Punkt. Ich glaube, es ist sowieso selbstverständlich, dass sich Menschen schützen durch Vergessen. Sonst würde man das Leben nicht ertragen können. Schützen durch Vergessen, dass wir das Leben nicht ertragen können. Aber es ist ja auch eben in der Tat so, wie Sie in Ihrer Frage es formulieren, dass wir im Grunde von einem Panikthema ins nächste getrieben werden. Also erst machen wir uns nur Sorgen über den Euroraum mit Griechenland drinnen und ähnlichen Ländern. Dann kommt die Migrationskrise, Untergang des Abendlandes, dann kommt die Klimakatastrophe und schließlich kommt Corona und danach noch Putin mit seiner Atomdrohung. Also man kommt gar nicht mehr zum Atemschöpfen in dieser Sukzession von scheinbaren Katastrophen und Panikanlässen. Und da ist es geradezu lebensdienlich, dass man das vergisst, was schon etwas älter ist. Und davon lebt die Politik. Also sie lebt davon, dass wir ein kurzes Gedächtnis haben. Und leider Gottes eben ist es so, und das ist die Rolle der Medien in diesem Zusammenhang, dass sie eigentlich die Aufgabe hätten. Also die Medien hätten die Aufgabe, dieses Gedächtnis zu sein und es auch zu aktivieren. Und zu sagen, hört mal, das habt ihr gesagt, das ist passiert, das sagt ihr heute. Und im Grunde kann man das auf einen ganz einfachen Nenner bringen. Die Politik hat sich in ihrer Grundstruktur radikal umorientiert in den letzten Jahrzehnten. Ursprünglich gab es noch die Idee des Gemeinwohls. Darauf berufen sich Politiker auch gerne noch in Sonntagsreden. Aber dann hat man Gemeinwohl ersetzt durch Legitimität. Und das war meistens reine Legalität. Man ist gewählt und darf deshalb entscheiden und kann an die Regierung kommen. Aber das ist jetzt auch ersetzt worden durch reinen Opportunismus. Also die Politiker haben eine Beweglichkeit entwickelt in ihrer Meinungsbildung, die sensationell ist. Sehen Sie sich nur etwa Herrn Söder an. Das ist unglaublich, mit welcher Geschwindigkeit er seine Meinungen zu großen Themen äußert. Und immer mehr Politiker haben offensichtlich den Eindruck, dass Opportunismus die einzige Möglichkeit ist, sich wählerwirksam zu verhalten. Eben weil die Wähler gerne und leicht vergessen. Aber da, wie gesagt, müsste es Instanzen geben, die sagen, wir erinnern uns. Wir haben Archive. Wir können euch das zeigen, was ihr noch vor kurzem behauptet habt. Und dazu gehört eben auch diese denunziatorische Praxis, die Sie angesprochen haben. Also dass man Leute, die einfach nur eine abweichende Meinung zu Themen haben, die gerade die Welt bewegen, dass man die durch politischen Moralismus, wie Sie das gerade gesagt haben, Herr Herrles, an den Rand drängt. Und dass man sagt, ihr seid im Grunde gar keine Diskussionsteilnehmer mehr. Ihr seid unbelehrbar. Im Grunde seid ihr sogar Unmenschen. Ich würde Sie, liebe Zuschauer, auch gerne ermuntern, uns Ihre Lieblingslüge der Politik oder die größte Frechheit oder das Unverschämteste zu übermitteln. Wir haben dafür eine Internetadresse eingerichtet, redaktion.ticheseinblick.de. Die ist auch unten eingeblendet. Ich wiederhole sie nochmal, redaktion.ticheseinblick.de. Einfach mal Ihre Lieblingsschwindelei oder wie auch immer Sie sie bezeichnen. Also es geht ja auch manchmal sehr charmant. Und Wolfgang Herrles jetzt zu Ihnen, Sorte für die Unterbrechung. Ich wollte Herrn Bolz ergänzen. Also erstens aus meiner eigenen Erfahrung als Journalist, als ich Journalist wurde, war es sozusagen die Geschäftsgrundlage, skeptisch zu sein. Egal, ob man konservativ oder weniger konservativ oder links war. Man hatte die Regierenden, man hatte die Mächtigen zu kritisieren. Man war Skeptiker von Beruf. Heute ist der Skeptiker, das ist ja fast ein Schimpfwort, ein Impfskeptiker. Das ist ja fast sowas wie ein Corona-Leugner. Oder ein Klimaskeptiker. Das ist einer, der nicht kapiert hat, dass die Welt untergeht. Heute dürfen Journalisten, also jedenfalls kriegen die das so beigebracht, auch an den Journalistenschulen schon, nicht mehr Skeptiker sein. Sondern sie müssen die Regierung in ihren guten Absichten, das Volk zu pädagogisieren. Das ist nämlich der Punkt. Unterstützend. Die Politik versucht heute nicht mehr mit den Wählern ins Gespräch zu kommen, sondern es werden alle großen Debatten verengt. Ich darf diskutieren über Corona, aber nur noch darüber, ob ich mich vier Wochen lang einsperren lasse oder nur zwei Wochen, wenn ich fünfmal geimpft bin. Also um es ein bisschen zu übertreiben. Man nennt es konstruktiver Journalismus. Das ist aber nicht mehr die gesamte Debatte, sondern die Debatte wird eingeengt. Das hat Tradition, da hat sich Frau Merkel sehr verdient gemacht. Wenn sie zum Beispiel einen Satz, das Gedächtnis bei mir funktioniert noch einig am Asten, Herr Bolz, wenn sie zum Beispiel sagt, diesen berühmten Satz, scheitert der Euro, scheitert Europa, dann ist die Debatte schon fast auf nichts mehr reduziert. Wenn sie sagt, wir schaffen das, dann darf nicht mehr diskutiert werden, ob man die Asylpolitik so offen und liberal betreibt, wie sie es getan hat, sondern dann geht es nur noch um die Details. Was macht man mit den vielen Asylbewerbern und Einwanderern? Also diese Verengung der Debatte funktioniert mithilfe der Pädagogisierung. Medien und Politik halten zusammen, greifen wahnsinnig intensiv in das Alltagsleben der Bürger ein. Wir müssen uns inzwischen sagen lassen, wie wir die Hygiene betreiben. Ob wir uns duschen dürfen, wie lange wir duschen dürfen, ob wir dazu Waschlappen benutzen sollen oder was anderes. Das ist heute das, was uns die Politik zumutet. Oder was wir essen dürfen. Das geht kein Schwein auf dieser Welt. Doch, die Schweine geht es was an. Aber sonst niemanden, was ich esse. Was macht die Politik von früh bis spät? Und die Wirtschaft schließt sich an und die Medien schließen sich an. Von früh bis spät werde ich pädagogisiert, was ich alles nicht tun darf und was ich tun soll. Und das geht mir auf den Keks. Und weil mir das auf den Keks geht, habe ich kein Vertrauen mehr in diesen Verein, der versucht, uns ein besseres Leben wahrzubringen. Der aktuellste Fall, der mir dazu aufgefallen ist, bei dieser Art von Schwindelei, das Bundesministerium für Klima, das früher mal was mit Wirtschaft zu tun hatte, hat veröffentlicht, die Energiewende ist Garant der Friedenssicherung. Mit anderen Worten, wer gegen Windräder ist, die keinen Strom produzieren, der will den Krieg. Herr Bosbach, Sie schreiben in Ihrem Buch von einer dritten Gruppe zwischen den Corona-Gläubigen, die folgsam sind, was die Regierung macht und den Corona-Leugnern die Maßnahmen kategorisch ablehnen. Und Sie sagen, Menschen, die Fragen haben, können diese Fragen nicht mehr stellen. Ist es das, was Wolfgang Halles mit Verengung der Debatte meint? Ja, das ist sehr gut beschrieben. Es ist die Reduzierung auf dafür oder dagegen und je nach Thematik dafür oder dagegen gut. Und alle anderen werden aus dem Diskurs aussortiert. Und wer nur damals zum Höhepunkt der Corona-Krise gefragt hat, hält die Impfung überhaupt das, was wir unter Impfung verstehen? Also ich kann mich nicht mehr anstecken und ich kann auch andere nicht mehr infizieren. Also der zweiseitige Schutz. Das ist schon merkwürdig. Das dritte und vierte Mal Impfung, normalerweise sagt man geimpft, geschützt, scheint hier anders zu sein. Dann wurde es reduziert auf keine schweren Verläufe. Davor schützt die Impfung. Auch falscher Eindruck, soll nicht entstehen. Ich bin viermal geimpft und nach dem vierten Mal habe ich mich infiziert. Wo weiß ich bis heute noch nicht. Gott sei Dank milder Verlauf. So, diejenigen, die Fragen gestellt hatten, ist das verhältnismäßig? Wieso können wir in Apotheken, Drogerien, Baumärkte, Supermärkte aber nicht ins Schuhgeschäft? Die wurden sofort aussortiert. Sie waren in der Abteilung Aluhutträger, Verschwörungstheoretiker, irgendwie verpeilte. Das heißt, die Politik macht sich nicht mehr die Mühe, mit denjenigen ins Gespräch zu kommen, die legitime Zweifel haben. Übrigens hat es ja auch einige Gerichte gegeben, die dann hinterher diese Maßnahmen jedenfalls teilweise wieder korrigiert haben. Und so, Frau Lagarde ist auch ein schönes Beispiel von Ihnen, wenn über Jahre hinweg die Geldmenge wesentlich stärker steigt als die Gütermenge, dann steigen die Preise. Wenn ein Schiff im Suezkanal querhängt und Lieferketten gestürzt sind, ja, dafür kann Frau Lagarde nicht haftbar gemacht werden. Auch jetzt der Krieg in der Ukraine, das nicht. Wir hatten doch vor dem Krieg in der Ukraine schon eine enorm hohe Inflationsrate, was wir allerdings jetzt vergessen haben, weil wir uns bei den 10% mittlerweile bewegen. Dann bleiben wir noch bei ein paar so Fällen. Und da, Herr Bolz, habe ich so ein bisschen den Widerspruch bei mir gespürt. Sie sagen ja so in etwa, die Welt ist so komplex geworden und da muss man halt irgendwie drauf reagieren. Aber ich habe mir so ein paar so Schwindelahlen aufgeschrieben. Es gibt, lässt jemand verlauten, der da eine beratende Funktion hat, bei immerhin einem Institut, das mal Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung hieß, es gibt jede Menge Stromspeicher. Es gibt keine nennenswerte Anzahl von Stromspeichern. Oder der Vorsitzende der Grünen, Nuripur, sagt, Atomsturm verstopft Netze. Also ob Strom so etwas sei wie ein Stück Lehm oder so etwas Körperliches, ein Pfropfen. Oder die Außenministerin Annalena Baerbock im Wahlkampf, die sagt, wenn man die Hähnchen im Supermarkt weniger kühlen, dann reicht das schon mit dem Strom. Das war ja alles vor dem Krieg in der Ukraine. Und jetzt fällt uns das alles auf die Füße, weil wir plötzlich feststellen, es reicht eben vorne und hinten nicht. Ich will jetzt kein energiepolitisches Seminar. Aber man hat doch das Gefühl, das können die doch nicht ernst meinen. Das können die doch nicht ernst meinen. Die können mir doch nicht sagen, wie Frau Baerbock, dass der Strom im Netz gespeichert ist und dann noch dazusetzt. Und das ist alles durchgerechnet. Also was ist da los, dass man solchen Unsinn verzapfen kann? Ich glaube, das ist jetzt ein deutsches Spezialproblem, dass wir es nämlich mit einer Regierungspartei zu tun haben, die gar nicht primär politische Programme hat, sondern die einen Gründungsmythos verteidigt, und zwar mit Zähnen und Klauen. Und das ist eben Atomkraft, nein, danke. Also die von dem anderen Gründungsmythos Pazifismus, also nie wieder Krieg, hat man sich ja offensichtlich doch verabschiedet. Aber dieser zentrale Gründungsmythos Atomkraft, nein, danke, daran hängt, glaube ich, die gesamte Identität der Grünen. Und die würden alles machen. Ich würde noch nicht mal so weit gehen, zu sagen, dass sie lügen oder wirklich betrügen, sondern ich glaube, das ist Selbstbetrug. Also um das so lange durchzuhalten, muss man sich selbst betrügen. Man muss selbst an seine Illusionen und seinen Wahn glauben. Und deshalb ist das auch so undurchdringlich durch Argumente. Wenn es eine Chance gäbe, argumentativ mit diesen Positionen sich auseinanderzusetzen, dann würde ich sagen, kämen wir auch zu einem Umdenken und zu einer anderen Politik. Aber hier geht es um Glaubensüberzeugungen, fundamentalster Art. Und offensichtlich sind sehr, sehr viele Menschen, ich schätze so ein harter Kern von 15 Prozent in Deutschland, ansprechbar durch diese Glaubensüberzeugungen. Und es wäre ein Thema, das mich persönlich sehr interessiert, den Rahmen Ihrer Sendung sprengt. Aber ich will es wenigstens benennen. Ich glaube, es gibt in unserer säkularen Gesellschaft ein sehr, sehr großes, starkes religiöses Bedürfnis. Und dieses religiöse Bedürfnis wird nicht mehr von den christlichen Kirchen bedient, nur noch bei den alten, wenn man so will, wirklich Gläubigen. Und dieses religiöse Bedürfnis wird heute von den Grünen bedient. Und so erklärt sich auch alles, was hier passiert. Es lässt sich mit rationalen oder auch mit politischen Überlegungen gar nicht fassen, was da geschieht. Und es ist allerdings auch ein deutsches Spezialphänomen. Ich glaube, diesen Fanatismus findet man sonst auf der ganzen Welt nicht mehr. Aber das wird eben auch umgedreht. Also die Tatsache der Sonderrolle von Deutschland, in der man sagt, ja, wir gehen voran. Also das wird buchstäblich so formuliert. Wir gehen der ganzen Welt voran und zeigen dem Rest der Welt, was vernünftige Politik und zukunftsfähige Politik ist. Und da ist jedes Gegenargument im Grunde machtlos. Weil es ist eine religiöse Heilsüberzeugung, die dann eben auch mit dem absoluten Unheil drohen kann. Die Welt geht unter. Sie haben es ja gesagt, wir stehen 5 vor 12 vor dem Weltuntergang. Weltuntergang, die letzte Drohung, die ultimative politische Äußerung. Täglich. Ja, das Gemeine ist natürlich, dass die nicht sagen, ich bin der Kardinal der grünen Kirche, sondern es wird das Wort Wissenschaft eingeführt. Also der Ideologe von heute tarnt sich als Wissenschaftler. Da gibt es einen, der ist Gesundheitsminister, der kennt alle Studien, der ist Professor, Doktor, weiß nicht was. Aber in Wirklichkeit ist er ein reiner Ideologe. Der Lauterbach ist kein Experte. Und es wurden auch immer nur seine Experten in den Talkshows vorgeführt. Die Drostens und wie sie alle hießen. Und so ist es auf allen Feldern. Die Namen, die genannt wurden, auch Spitzenpolitiker, sind ja keine Experten mehr. Die Frau Baerbock kommt zwar von der Völkerkunde, wie man weiß, aber niemand nimmt hier ab, dass sie das Geschäft... Völkerrecht. Ja, Völkerrecht. Völkerkunde ist gut. Das war ein freundlicher Versprecher. Sie ist wahrscheinlich ein Fall für die Völkerkunde. Absolut. Also so ist es ja auf allen Gebieten. Dann kommt einer, der nennt sich Wirtschaftsminister, der Herr Habeck. Dessen Phänomen korrespondiert er mit, obwohl es erst mal anders ausschaut. Der redet nämlich, der ist so populär, weil die Leute glauben, dass sie ihm beim Denken zuhören können. Sehr gut. In Wirklichkeit können sie ihm aber nur zuhören dabei, dass er nichts weiß. Also wann immer Herr Habeck was sagt, kommt am Ende dabei heraus, dass er keine Ahnung hat. Aber das lässt er tatsächlich transparent die Bevölkerung... Also er hat Mut zur Lücke. Ja, genau. Mut zur Lücke. Aber das ist doch absurd, dass er einer der beliebtesten Politiker ist, immer noch, weil er zugibt, dass er keine Ahnung hat. Das aber sehr schön erklären kann. Und jetzt, das ist mein Lieblingsthema, und da hoffte ich ja auch, dass ich ein bisschen auf den Herrn Bosbach noch, dass ich ihn noch ein bisschen attackieren kann. Ich glaube, unsere Politiker-Klasse, unabhängig von den Parteien, die legitimiert sich ja sehr stark mit dem Argument, wir kennen uns aus. Ja, wir sind Berufspolitiker. Wir gehen da hin, weil wir die sind, die Ahnung haben, im Gegensatz zu euch blöden Wählern. Ich sage jetzt mal klipp und klar, die dort oben wissen genauso wenig wie die da unten. Sie behaupten es nur. Und weil wir dieses falsche Expertentum nicht mehr brauchen, brauchen wir auch nicht mehr so viele Berufspolitiker. Darüber sollten wir reden. Herr Bosbach, haben Politiker früher mehr Ahnung gehabt? Oder vielleicht, um auch noch Herrn Professor Bolze aufzugreifen, Früher war die CDU ja mit dem C eine christliche Partei. Naja gut, immer mit dem Christentum muss man es auch nicht so eng nehmen. Aber sie war christlich fundiert. Und jetzt haben wir eine grüne ideologische Partei. Ist da eine Verschiebung stattgefunden? Und die CDU ist ja auch gerne grün. Ja, natürlich hat da eine Verschiebung stattgefunden, in der Hoffnung, dass man mit der Übernahme von politischen Themen auch die Wählerinnen und Wähler übernehmen kann. Jedenfalls gilt das für die Abteilung Grün. Das gilt natürlich nicht für die Abteilung AfD. Da kommt sofort, die Leute wählen dann das Original. Ich bin auch für eine scharfe Abgrenzung der AfD. Aber ich bin auch dafür, dass wir uns mal fragen, warum, mit welchen Motiven gehen viele, aus meiner Sicht, zu viele in die Wahlkabine und machen ihr Kreuz bei der AfD? Aber warum grenzt man sich von der AfD ab, aber nicht von den Grünen? Wenn ich Herrn Bolz folge, ist die grüne Nummer genauso gefährlich, weil sie eben nicht mehr sachlich entscheidet, sondern ideologisch. Absolut. Also einem Wahn folgt, da müsste ich ja sagen, dafür müsst ihr von den Grünen schon auch abdrennen. Ja, das hat Herr Söder ja auch versucht auf dem letzten Parteitag. Da hat sich ja auch selbst ein bisschen ironisch angesprochen, die immer gesagt hat, in Bayern sind eine Million oder wie viele Bäume gepflanzt worden. Und selbst ich könnte die nicht alle umarmen, weil es ja dieses berühmte Bild gibt, als Herr Söder einen großen Baumstamm umarmt hat. Jetzt kommt wieder die Abgrenzung. Ich weiß allerdings nicht, wie die Lage in einem halben Jahr ist. Das sollte man jetzt erst einmal abfragen. So lange geben Sie Herrn Söder? Bitte? So lange geben Sie Herrn Söder? Ich gebe ihm sogar länger. Ich gebe ihm sogar länger, aber ich weiß ja nicht, welche Kurskorrektur. Ja, meine ich ja, mit dem Kurs. Ach so, Entschuldigung, das war dann ein Missverständnis. Ich musste vorhin schmunzeln, Religion und Politik. Beides trifft sich bei jedem evangelischen Kirchentag, aber das ist nicht unser Thema heute. Es sind ja schöne Glaubenssätze. Die Menschen möchten ja auch gerne daran glauben. Wer möchte nicht daran glauben, dass man durch diese oder jene politische Entscheidung den Klimawandel aufhalten kann, auch wenn wir nur knapp zwei Prozent der Emissionen, CO2-Emissionen auf dieser Welt haben. Es sind ja schöne Frieden schaffen ohne Waffen. Das ist ja ein schöner Glaubenssatz. Nur die Realität hält dem nicht stand. Wer hätte denn von uns Vieren noch vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr gedacht, dass ein grüner Wirtschaftsminister nach Katar fliegt, um fossile Brennstoffe zu organisieren für Deutschland. Oder dass hoch dekorierte Kriegssinnsverweigerer nach schweren Waffen für die Ukraine rufen. Haben wir alle nicht mitgegeben. Ich werfe denen das nicht vor. Aber dann kommt Ideologie und trifft sich mit der Wirklichkeit. Und plötzlich sieht die Welt ganz anders aus. Und deshalb halten sie an einigen Glaubenssätzen noch unbedingt fest, weil sie auf keinen Fall einen Irrtum zugeben wollen. Und ich habe das in 23 Jahren Bundestag gemerkt. Glauben Sie es mir, Tichas Problem ist nicht, dass die Grünen, Union und SPD andere unterschiedliche politische Auffassungen haben. Jedenfalls in vielen Themen. Das Problem ist, dass die Grünen sich tatsächlich für die besseren Menschen halten. Dass sie glauben, dass sie anderen überlegen seien. Das Absurde ist doch jetzt, dass Herr Habeck heimlich zum lieben Gott betet, lieber Gott, lass es wärmer werden. Denn nur wenn es wärmer wird in diesem Winter, kann er seinen, muss ich das Wort vermeiden, seinen Hinterteil retten. Die Grünen gehen unter, wenn in diesem Winter das Licht ausgeht und die Leute frieren. Und dass sie frieren, auch noch nicht mal mehr bezahlen können. Also Realität und Politik passen nicht mehr zusammen? Nein, überhaupt nicht. Das ist ja das Absurde. Ganz Deutschland hofft, dass wir einen ungewöhnlich warmen Winter kriegen. Gleichzeitig glauben wir aber, dass die Welt untergeht, wenn es zwei Grad wärmer wird. Also kurzfristig brauchen wir Klimawandel? Wir brauchen den Klimawandel. Ich bin stark dafür, dass in diesem Winter der Klimawandel zuschlägt. Und zwar richtig. Wo ist da Ihre Position? Wollen Sie gerne frieren oder sind Sie gegen den Klimawandel? Ja, ich mache es wie Herr Bosbach und nutze jede Gelegenheit, nach Mallorca zu fliegen. Da kann man doch einiges kompensieren. Ihr Flussabdruck ist entsetzlich. Nein, aber das ist ja wirklich das harte Problem hinter all dieser doch auch sehr humorvollen Fassade, die wir da aufziehen, schon wieder aus Selbstschutz. Das ist wirklich das harte Problem, dass wir es mit einer quasi religiösen, hochideologischen Partei zu tun haben, die nicht einfach nur 15% der Bevölkerung abbildet, sondern die die gesamte Politik und damit die gesamte Gesellschaft dominiert. Und da sind wir wieder bei dem Thema von vorhin, nämlich dieser fehlenden Gewaltenteilung und diesem Ineinander-Übergehen von Politik und Journalismus, sodass wir in den öffentlich-rechtlichen Medien jedenfalls, das sagen viele heute und ich finde völlig zu Recht, eine Art Dauerwerbesendung für die Grünen erleben. Und mittlerweile sind die Journalisten ja auch in ihrem Selbstverständnis ganz anders orientiert. Also wenn Sie den Journalisten heute den Vorwurf machen, Sie seien Aktivisten, dann sagen Sie, ja, das stimmt, das müssen wir tun, weil Objektivitätsideale des 19. und 18. Jahrhunderts sind, das müssen wir hinter uns lassen. Wir sind engagiert, wir sind aktivistisch, wir versuchen eine bestimmte Politik durchzusetzen. Und wie Sie zu Recht gesagt haben, Herr Herrles, wir verstehen uns auch als Oberlehrer der Nation. Wir wissen es besser. Gott sei Dank haben wir die richtige Regierung, die auch es endlich besser weiß. Und das darf man auch nicht vergessen, wir haben jetzt die Regierung, von der die Journalisten seit Jahrzehnten geträumt haben. Vielleicht ist die FDP noch ein Problemfall, aber die haben sich ja auch vollkommen unterbuttern lassen. Also das ist eine neue Konstellation. Wie Sie ja auch gesagt haben, früher waren die Journalisten kritisch oder skeptisch wenigstens. Heute müssen Sie im Grunde sagen, wir sind die reinen Apologeten des Bestehenden. Aber Sie werden sich jetzt wundern, von welcher Seite Sie Recht bekommen. Ich habe am vergangenen Sonntag diskutiert mit Frank Plasberg an der Uni in Bayreuth zu dem Thema, das wird man ja wohl sagen dürfen, oder? Also Grenzen der Meinungsfreiheit. Und da hat Frank Plasberg gesagt, es war öffentlich, deswegen kann ich das hier ruhig zitieren, es gibt auch in meiner Redaktion viele Kolleginnen und Kollegen, die unbedingt auf der Seite der Guten sein wollen, die unbedingt auf der richtigen Seite stehen wollen. Also nicht nur beobachten, kommentieren, kritisieren, einordnen, sondern gleich auch noch als Journalist den Beitrag dazu leisten, dass eine bestimmte politische Richtung das Land regiert. Aber noch eine Frage, gibt es jetzt Mann und Frau eigentlich noch? Oder gibt es ganz viele Geschlechter? Die Biologie ist eindeutig. Die Biologie sagt, ich will das jetzt nicht vortragen. Es gibt eben halt Mann und Frau. Aber selbst Ihr Parteivorsitzender Friedrich Merz sagt, ja, es gibt mindestens zwei Geschlechter. Also es gibt wahrscheinlich 30 oder 40. Was machen wir eigentlich, wenn wir auch die Naturwissenschaften nicht mehr zur Kenntnis nehmen? Wolfgang Herles hat ja schon von der Rolle der Wissenschaft gesprochen. Aber plötzlich sagen wir, wir sind wissenschaftlich so weit, dass wir die Wissenschaft nicht mehr brauchen. Also ich hoffe, er hat damit die sogenannten sozialen Geschlechter gemeint. Und biologisch gibt es nun mal zwei. Klammer auf, nur zwei Klammer zu. Und ich erinnere mich noch an eine lustige Stellenanzeige. Da stand männlich, also m, klein w, klein d und so weiter und so weiter. Da wollte der Arbeitgeber offensichtlich überhaupt kein Fehler machen. Ganz unangreifbar sein. Ganz schlimm wird es, wenn Vorlesungen einer Professorin abgesagt oder boykottiert werden, weil sie wissenschaftlich begründen oder begründen möchte, warum es nur zwei Geschlechter gibt, von der gesellschaftlichen Debatte jetzt abgesehen. Schlimm wird es, wenn Professor Lucke eine Vorlesung in Hamburg halten will. Und dann wird er so gestört, dass er abgesagt werden muss oder aus dem Programm genommen wird, weil er zu den Gründern der AfD gehört hat, hat aber dann das Lokal verlassen, als er gesehen hat, wer sich da überhaupt breitgemacht hat. Das heißt, man wird sofort aussortiert aus dem öffentlichen Diskurs. Und damit fängt das Unglück an. Das Schlimme daran ist, dass es nicht bei dieser politischen Ausgrenzung bleibt, also der politischen Instrumentalisierung von Wissenschaft gegen Wissenschaft. Wenn Sie an der Universität selbst, wie ich das jahrzehntelang ja getan habe, arbeiten, bemerken Sie seit vielen, vielen Jahren, dass Wissenschaft als solche infrage gestellt wird. Nämlich als ein Unterdrückungsinstrument des weißen Mannes. Und es gibt mittlerweile eine Fülle von Pseudowissenschaften oder Voodoo-Science, wie man in Amerika zu Recht auch sagt, die im Grunde sagen, Logik ist eine aggressive Technik des weißen Mannes, um anderes Denken zu unterdrücken. Mathematik ist auch nicht alternativelos. Es muss auch so etwas wie, es ist kein Witz, Ethnomathematik geben, also alternative Mathematiken. Und wo man zunächst einmal denkt, das ist so wahnsinnig, das kann nur aus den Köpfen von einigen Extremisten gesprungen sein, aber mittlerweile ist das eine breite Bewegung. Und das gibt es an den Unis? Also 2 plus 2 ist beim Indianer anders als beim schwarzen Mann? Also auf jeden Fall kann man über 2 plus 2 anders nachdenken, als wir das bisher gewohnt waren. Ich will es nicht übertreiben, aber es gibt diese Ansätze jetzt in einer ganz radikalen Weise. Also wenn Sie so wollen, europäische Rationalität wird infrage gestellt, weil sie europäisch ist. Oder abendländische Rationalität hätte man vielleicht gesagt. Also das, was sich weltweit durchgesetzt hat, nicht nur im Denken, sondern vor allen Dingen in der Technik, die ja im Wesentlichen so eine Art implementierte Rationalität ist, all das wird infrage gestellt. Also während alle Leute ein Handy haben, das nur funktioniert, weil es diese europäische Rationalität gibt, proklamiert man öffentlich, wir müssen das relativieren. Also es gibt ganz andere Denkformen und, und, und. Und das alles im Namen natürlich des guten Multikulturalismus. Wir müssen die anderen Kulturen nicht als zurückgeblieben interpretieren, sondern sie sind anders, anders befähigt, anders denkend. Und wir müssen das allmählich in unsere Diskurse mit einbringen. Ich glaube, das steht eigentlich auf dem Spiel bei der ganzen Sache, dass wir uns verabschieden, mehr oder minder, oder aufgrund unserer unendlichen Toleranz bereit sind, die Infragestellung der Grundlagen unserer Zivilisation, nämlich eben diese europäische Rationalität, diese Vernunft, diese Wahrheitsorientierung von Wissenschaft, dass wir bereit sind, diese Infragestellung zuzulassen. Also da müsste man kämpfen. Vor allen Dingen natürlich Universitätsangehörige und Professoren. Aber man müsste sehen, es geht sehr, sehr weit und sehr, sehr tief. Also die Aufklärung wird abgewickelt. Darüber muss man sich im Klaren sein. Und dagegen muss man auch aufstehen. Die Frage ist, warum interessiert das nicht nur ein paar Verrückte an den Unis, sondern warum geht das so in die breite Bevölkerung? Warum verlangt ein Automobilwerk wie Audi, dass seine Mitarbeiter gendern? Und wenn sie nicht gendern, werden sie rausgeschmissen. Naja, die Managers sind alle Opportunisten. Das war schon immer so. Und das ist jetzt genau der Punkt, den ich sagen wollte. Konformismus gab es immer. Konformismus ist eine menschliche Schwäche. Aber wir erleben gerade eine Militarisierung des Konformismus. Der Konformismus ist heute eine Tugend, eine bürgerliche Tugend. Wenn du nicht konformistisch mitsingst, diese dummen, falschen Lieder, dann bist du auf der falschen Seite. Und jetzt schlägt etwas zurück, was es seit Jahrzehnten gibt, nämlich einen Verfall von Bildung. Es ist ein anderes Thema, passt nicht hier in die Sendung. Aber wir haben ja einen ganz klaren Abbau von Bildung. Immer mehr Leute am Abitur und immer bessere Noten, aber weniger Ahnung. Da gibt es ja auch neue Umfragen, die das bestätigen. Und ich glaube, diese Verblödung der Menschheit, die ist willkommen. Das finden die, die uns umpolen wollen im Kopf. Die finden das ganz gut, dass das Volk wieder blöd wird. Es gibt eine Elite, die sagt, wie die Welt gerettet wird. Und die anderen sollen sich mit ihren Wagen lappen. Kommen wir noch mal zu dem Thema zurück, das wir ein paar Mal schon angesprochen haben, nämlich Journalismus. Das ist ja die zweite Seite der Medaille. Und da hat uns die Tagesschau mit folgender Nachricht doch sehr erfreut, dass es in Zimbabwe einen Erfinder gibt. Der hat einen Fernseher konstruiert. Der sammelt den Strom aus der Luft auf. Und den stellst du dir hin, dann kannst du damit deine Waschmaschine betreiben. Ist natürlich der größte Wahnsinn. Und dazu kommt, dass diese sensationelle Erfindung aus Zimbabwe nur unterdrückt wird. Jetzt komme ich auf Sie, weil es war ein schwarzer Mann. Und die Erfindung eines schwarzen Mannes darf in der Welt nicht reüssieren. Das verbreitet die Tagesschau. Was ist denn da mit Journalisten los? Ich meine, das ist so ein hirnverbrannter Blödsinn, dass man nicht bei den 1. April damit bestreiten möchte. Was ist da passiert? Also, ich muss was, das ist ganz banal. Dieser Bildungsnotstand, der trifft den Berufsstand der Journalisten auch. Und zwar ganz entscheidend. Aber es ist doch gar keine Bildung dazu. Nein, aber da fehlt es an den Grundlagen. Das ist überhaupt ein Korrespondent, der macht es ja nicht böswillig. Der ist fasziniert von dieser Vorstellung, dass ein Fernsehapparat Energie produziert. Also, er hat nicht die Fähigkeit, überhaupt die physikalischen, das kleine 1x1 der Physik, das hat er nicht mehr. Du kannst heute auch Korrespondent werden als Analphabet. Ich sage es so, wie es ist. Herr Bosbach, ist es so, dass die Journalisten da Mitverantwortung tragen? Ja, ich glaube, dass der Korrespondent dankbar war, dass mal ein Beleg dafür gefunden wurde, dass die weiße Mehrheit in Europa Schwarze unterdrückt oder für minder begabt hält. Und dass die Redaktion dann hier erst gar nicht gefragt hat, ja ist das denn plausibel? Mittlerweile wissen wir ja auch, das war ja nicht der erste Versuch, das Protagonisten, die Öffentlichkeit in die Irre zu führen. Umso schlimmer. Aber ich sage, in einem Land, wo schon vor Jahrzehnten Hitlers Tagebücher als authentisch auf den Markt gekommen sind, darf man sich über nichts mehr wundern. Nun sind aber nur noch ein Viertel der Befragten zufrieden mit der Politik. Also wir reflektieren hier natürlich, Herr Professor Boltz, lieber Wolfgang Herrlich, lieber Herr Bosbach, natürlich auch die Spinnereien in der Berliner Blase, in dieser abgehobenen Medienwelt, in der sich ein paar Politiker mit Journalisten treffen und über Erfindungen aus Zimbabwe diskutieren. Die Masse der Menschen lebt ja anders. Was passiert jetzt, wenn die Politik die Menschen einfach verliert? Ja, ich glaube, das müsste ja eigentlich dazu führen, dass eine Delegitimation des gesamten politischen Systems stattfindet und das irgendwann mal explodiert. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, dass sich die Menschen im Grunde vor allen Dingen hier in Deutschland damit abfinden, weil es ihnen immer noch ziemlich gut geht. Also wir leben immer noch auf einem sehr, sehr hohen Lebensstandard. Den meisten geht es wirklich gut. Auch denen, denen es schlecht geht, geht das im Vergleich zu anderen in anderen Ländern immer noch sehr, sehr gut. Und man entwickelt zwar eine vielleicht sogar zynische oder sarkastische Haltung gegenüber der politischen Klasse, auch gegenüber der Medienklasse. Aber solange, wie soll man sagen, die wirtschaftlichen Grundbedingungen noch ausreichend gut sind, wird sich da kein massiver Widerstand bilden. Und umgekehrt lernen unsere Politiker zunehmend auch von dem Monster Brüssel, dass man ohne politische Legitimation alles Mögliche erreichen kann und alle möglichen Entscheidungen treffen kann. Und ich finde, Brüssel ist ein wunderbares Modell für das, was allmählich auch bei uns in der nationalen Politik geschieht. Nämlich, dass sich eine politische Elite vollkommen abhebt von der Bevölkerung, in der Bevölkerung nur einen Störfaktor sieht. Also denken Sie nur an diese legendären Wahlen, die wir hatten mit falschem Ergebnis, die dann so lange wiederholt wurden, bis das richtige Ergebnis raussprang. Das ist ja der Ausdruck, das Volk ist so blöd, dass es noch nicht mal richtig wählen kann. Also müssen wir das wiederholen und müssen es korrigieren. Oder wie sagte Frau Merkel, die Wahl muss rückgängig gemacht werden. Ich glaube, das ist die Haltung der politischen Elite heute ohnehin. Entweder die Wähler wählen genau so, wie sie sollen, oder die Wahlen müssen rückgängig gemacht werden. Oder man muss sie ignorieren, den Wählerwillen. Und genau das passiert. Wie gesagt, solange allerdings das System wirtschaftlich noch funktioniert, nehmen die Leute das in einer Haltung von gemischten Zynismus, Sarkasmus oder Ironie immer noch hin. Und verachten einfach nur, das ist ja der Titel Ihrer Sendung, sie verachten einfach nur die Leute, die das betreiben. Und wenn sie dann wählen gehen, wählen sie ja nicht mehr eine Partei, die sie gut finden. Mal von den Hardcore-Grünen abgesehen, die wählen ihre Partei. Aber ich glaube, alle anderen wählen nur, um andere Parteien zu verhindern. Es gibt ja keine Alternative. Wenn jetzt diese Ampel-Koalition scheitert, dann haben wir eben statt einer Rot-Gelb-Grünen eine Schwarz-Grüne-Koalition. Wo ist da der wesentliche Unterschied, der wesentliche Fortschritt? Den gibt es nicht. Und deswegen ist den Leuten auch komischerweise egal, dass immerhin nennt sich diese Stadt Hauptstadt, dass diese Hauptstadt nicht mal demokratische Wahlen zustande bringt. Und die Medien haben sich doch keineswegs vor Empörung empört gezeigt, als das passiert ist. Sondern der relativ kleine Laden Tichy, Entschuldigung. Aber Sie sind schuld daran, dass diese Wahl wiederholt wird. Wenn Sie nicht ein paar Studenten engagiert hätten, die sich ganz genau von Wahllokal zu Wahllokal genau anschaut, was da schiefgelaufen ist, wäre das überhaupt nicht aufgekommen. Also ein relativ kleines Randmedium, es soll keine Beleidigung sein, nur von der Größe her, hat diesen gewaltigen Skandal aufgedeckt, weil die ganzen großen Qualitätsmedien komplett versagt haben. Man muss nicht groß sein, um Skandale aufzudecken. Aber Herr Bosbach, wenn wir da von diesem zerstörten Vertrauen sprechen, Sie sind so lang drin. Früher hätte man gesagt, ein alter Fahrensmann, whatever it means. Wir haben von tausenden von Veranstaltungen gesprochen. Sie kommen von einer, Sie gehen wieder zu einer. Ist es nicht ein Stück Trauer dabei, wenn man sich überlegt, wir lieben ja diese Demokratie, die Menschen wollen ja auch diese Demokratie, aber sie wird verschludert. Ich sehe im Moment den Übergang von Kritik, teilweise auch wütender Kritik, nicht alles berechtigt, aber vieles hin zur Resignation. Wenn die Menschen erst mal das Gefühl bekommen, es ist ja sowieso egal, was wir sagen, was wir denken, es interessiert sich ja doch keiner dafür von der politischen Klasse oder die da oben, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die einen gehen auf die Straße, was wir zurzeit wieder in den neuen Bundesländern haben. Das ist ein kurioser Ausdruck, die sind teilweise älter als die alten Bundesländer und die anderen ziehen sich zurück in ihr privates Umfeld und sagen, nee, danke, ich war immer politisch interessiert, auch gut informiert, aber lass mich mit Politik in Ruhe. Das ist ein sehr trauriger Befund, denn die Demokratie lebt ja eigentlich davon, dass sich möglichst alle oder jedenfalls viele in ihr und für sie engagieren. Aber das hieße ja, dass die Demokratie stirbt, weil die Menschen entmutigt werden, von oben nach unten, so wie Sie es ja auch als Politikmodell beschrieben haben, von oben nach unten und jetzt, sag mal, wir stellen euch so viel Wahnsinn vor die Tür, bis ihr gar nicht mehr rausgeht aus dieser Tür. Na, ist ja tatsächlich so, dass wir eine Abfolge von Krisen hatten, beginnt jetzt Wirtschaftsfinanzkrise, dann Eurokrise, die im Kern eine Staatsschuldenkrise war, schlussendlich dann noch Corona und der Krieg. Das sind jetzt 13, 14 Jahre, die ich gerade beschrieben habe. Das war ja tatsächlich so. Es gibt ein schönes Zitat von Hans-Dietrich Genscher aus einer Rede von den Vereinten Nationen. Wir werden den Gürtel enger schnallen müssen und nach der Krise wird nichts mehr so sein wie vor der Krise. Das war 1974, nach der Ölkrise. Nee, er hat Recht behalten, es wurde danach immer besser. Wir hatten danach, in den beiden Jahren danach, insgesamt 15% Wirtschaftswachstum. 15. Das heißt, den Menschen ging es spürbar immer besser. Das haben wir im Moment nicht. Möglicherweise ist die Ukraine für Russland ihr Vietnam. Wir werden vielleicht Zeuge eines zähen Abnutzungskrieges und wissen noch alles, wissen alles gar nicht, was noch kommen könnte. Und wir gehen dahin und versuchen der Welt zu erklären, dass beim Thema Energiepolitik, Mobilitätswende, wir alleine es besser wissen als alle anderen Industrienationen auf dieser Erde, die uns dann natürlich gefälligst zu folgen haben. Da fällt mir ein dazu, gegen Schluss unserer Sendung, ich habe mich mit Venezuela beschäftigt, eines der reichsten Länder mit den größten Goldvorräten, Erdölvorräten, gesegnet. Man braucht fünf Jahre, um ein Land zu ruinieren. In wievielten Jahr des Ruins sind wir? Also, es gibt etwas, Herr Tiche, das meine ich jetzt total ernst. Ich beneide die Sozialisten. Wenn irgendwo auf der Welt das 165. sozialistische Experiment krachend gescheitert ist, stehen die auf, putzen sich den Staub vom Ärmel und sagen, das hat jetzt nicht geklappt. Also, Herr Bosbach, beim nächsten Mal machen wir alles anders, eine ganz andere Sendung. Ich freue mich, dass Sie da waren, wenn Sie mir Ihre schönsten Schwindeleien der Politik, die Ihnen aufgefallen sind, schreiben wollen oder nennen Sie es, wie es ist. Die Adresse ist redaktion.ticheiseinblick.de. Und ansonsten finden Sie uns ja im Internet und am Zeitschriftenkiosk. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal nächste Woche wieder einschalten. Vielen Dank und vor allen Dingen vielen Dank an diese doch sehr fröhliche Runde des Entsetzen. Macht uns nicht traurig, sondern weckt unseren Spott und unseren Humor. « Spott und Schreiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiber Untertitelung des ZDF, 2020